Ich hoffe, es ist sicher irgendein Ort. Äh, irgendein Ort. Ja. Ich hab' den Ort hier wieder. Netter, oder? Ja, ich hab' den 1. Hallo! Ui! Wie viel? Doch, es ist der erste, ne? Ja, erst der meint. Jetzt haben wir die ganze C durch. Wie lang dauert das? 25 Minuten. 25 Minuten? Linie C. Linie Senatstraße. Jetzt hätt' ich noch mal Linie E gerne durchgefilmt. Weißt du? Was? Jetzt hätt' ich noch mal Linie E noch mal gerne durchgefilmt in C1. Nee, jetzt ist das länger. Na, vielleicht nächstes Mal, oder? Mhm. Der ist ja noch, wie lang ist er da? Bis 2022? Äh, bis 2023, ne? Wie? 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 Hier die Anlage? Ja, die Schirme ist auch viel geiler, die hätt' man auch bei der BVG bekommen sollen, ne? Mhm. Aber nee. Rein kann's, wieder Philippa haben. Ich hätt' die irgendwo nur gelassen, Alter. Wie ist Chef, ja. Na, ich hätt', wenn ich jetzt Chef bei der BVG gefunden, die vom Brandenburg genommen die Ansage. Isst du dich nicht? Geil. Geil. Untertitelung des ZDF, 2020 Freitag von Thünnenstraße 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 Wo fahren denn hier die Gelenker-Busse? Das haben wir gar nicht gesehen heute, ne? Nee, gar nicht. Ich glaub am Wochenende fahren die nicht, oder? Falsch hier vorne ist, ja? Jo, Jimmy. Fahren die am Wochenende nicht? Doch, fahren am Wochenende. Ich weiß ja nicht genau, wo die fahren. Da sind ja schon alle Linien schon fast durch. Wenn du Linie F durchführen? Nee, heute nicht mehr. Ja, nächstes Mal. Ja, und Linie E nochmal? Linie H und D müssen auch noch sein. Ah, also Linie... Linie 2 auch? Ja, genau. 2, also was fehlt noch uns an Linie? Linie 2? Die Nachtbusse. Linie D? Linie H? Linie F? Noch was? Und die Nachtbusse. Was ist an Bustageslinien, wie ich das hier aufgespielt habe, oder? Mhm. Der Ganterstrecke fährt ja Linie P dann. Ah, Linie P fehlt uns noch. Ja, aber ich weiß nicht mehr, wer in Betrieb genommen wird. Schon im Sommer, aber wegen Corona gar nicht. Nein, die Nachtbusse. Halt ab. Nichts, rechts? Nichts, rechts. Nichts. Hat Filippi geschrieben? Hat Filippi geschrieben? Jetzt fahren wir wieder zurück. Ich dachte, du musst einmal um den Kreisfahrt fahren. Ja. Ja. Ich denke, wir fahren auch so gut hier. Na ja. E, für die Linie C. Für auch die Linie C. Ich finde die Linie C. Ich finde die Linie C. Also, wie viele Tageslinien fehlen uns noch? Na? Wie viele Tageslinien fehlen uns noch durchzufilmen? F? F fällt uns noch. H fällt uns noch. D. Zwei. Ja. Vier Linien. Die C fahren wir jetzt durch. Und P ist ja... Mal gucken wann da... P ist gar nicht da. Wie viele Nachbrustlinien gibt es? Drei. 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 Drei fahren hier hoch. Drei. Drei Roller. Drei Roller. Drei. 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 Mit dem Gelenk ist das noch schwieriger. Es ist auch komisch, dass hier so ein Bus lang fährt. So wie bei Linie W. Ist ja auch richtig komisch. Jetzt fahren wir wieder links. Jetzt fahren wir links. Von da vorne kommen wir rein. Ja? Ja. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020